Daniel Defoe Robinson Crusoe Kapitel 1 »Sieht da hinaus, Käpt'n!« rief der Matrose vom Ausguck. »Land!« »Unmöglich!« antwortete der Führer des Schiffes. »Hier kann weit und breit kein Land sein. Wir sind in einer Meeresgegend, die nie befahren wird. Der Sturm hat uns aus dem Kurse getrieben.« Der Matrose hatte recht gesehen. Nur war es kein Festland, sondern die Küste einer kleinen Insel, die er in der Ferne erkannt hatte. Seit mehreren Tagen wehrten Schiff und Mannschaft sich gegen das furchtbare Unwetter. Weggefegt war das Takelwerk. Schon stand das Wasser in den unteren Räumen, und es konnte nicht mehr lange dauern, da musste das grausame Spiel beendet sein. Jetzt, da alle Mann an Deck den dunklen Strich am Horizont erspähten, der ein Gestade zu sein schien, atmeten sie auf und erhofften Rettung in der letzten Stunde. Schon rückte dieser dunkle Strich nahe und näher, da gab es einen entsetzlichen Krach. Das Schiff erzitterte in allen Fugen. Die Wellen hatten es auf ein Riff geworfen, das im hohen Seegang nicht zu erkennen war. Da saß es nun festgeklemmt im Gestein, hoffnungslos der wütenden Flut preisgegeben. Die Leute setzten das einzige Boot aus, das ihnen der Sturm gelassen hatte, und ruderten der Küste zu, aber das überfüllte Fahrzeug schlug schon nach wenigen Minuten um, und alle bis auf einen versanken und ertranken. Diesen einen schleuderte die Brandung auf eine hochragende Klippe, an der er sich festklammern konnte. Im nächsten Augenblick riß eine hohe Welle ihn herunter und trug ihn zum Strande hin. Er fühlte Grund unter den Füßen, und wartend und schwimmend erreichte er das Ufer, klomm hinauf und sank erschöpft nieder. Dieser eine Mann, der den Schiffbruch überlebte, war Robinson Crusoe, ein junger Bursche von nicht ganz 20 Jahren. Getrieben von der Sehnsucht, Abenteuer zu erleben, die weite Welt zu sehen, fremde Meere und Länder kennenzulernen, war er eines Tages seinen Eltern gegen ihren Willen und trotz ihrer Warnungen davongelaufen. Er war ihr Ein und Alles gewesen, sie hatten ihn verhätschelt und verwöhnt, jeder Wunsch war ihm erfüllt worden, Der Vater, ein vermögender Geschäftsmann, wollte ihn studieren lassen, er sollte Rechtsanwalt werden, aber so sehr beseelte ihn der Trieb in die Ferne, dass er die sichere Zukunft, die ihm geboten war, ausschlug und Vaterstadt und Elternhaus verließ. Jetzt, am unglücklichen Ende seiner Seefahrt, erinnerte er sich alles dessen und bereute seinen Leichtsinn. Da war das Meer, das ihn hinweggelockt hatte, Da war das fremde Land, nachdem er sich so heiß gesehnt. Die Lust am Abenteuer war ihm seit diesen letzten Tagen gründlich vergellt, und die Fremde, die Ferne empfing ihn unfreundlich genug, ein leeres, ödes Gestade, so weit er sehen konnte. Nirgends ein Haus oder eine Hütte von Eingeborenen, nirgends Getier außer einigen Vögeln, die um die Klippe kreisten, und das war obendrein noch gut so. Wie hätte er sich gegen wilde Menschen oder Tiere verteidigen sollen? Er war ja mutterseelenallein und ohne Waffen. Ihn schauderte in dieser weltverlorenen Einsamkeit, der Magen knurrte ihm. Ach ja, dachte er bei sich, zu Hause bei Vater und Mutter, da war mein Tisch immer gedeckt. Wo finde ich hier etwas zu essen und zu trinken? Den Durst kann ich wohl nur dort an der Lache Regenwasser stillen, und wo gibt es hier ein Obdach für mich? Gewiss nicht das warme, weiche Bett wie im Elternhaus. Oh, wäre ich doch daheim geblieben. Er griff in seine Taschen, aber es war nichts darinnen als eine Tabakspfeife und etwas Tabak, durchnässt vom Seewasser. Er stand auf und lief ein Stück am Ufer entlang. Weit draußen, im Flutenspiel, erkannte er das Schiff, das noch immer auf dem Riffe hing. Von den gekenterten Boote und von seinen Gefährten sah er nirgends eine Spur. »Das grausame Meer hat sie alle verschlungen«, sprach er vor sich hin, »ich allein bin mit dem Leben davon gekommen, vielleicht nur, um hier jämmerlich zugrunde zu gehen.« Ohne Dämmerung brach die Nacht herein. Er fürchtete sich davor, wehrlos wie er war, auf der freien Erde die Nacht zu verbringen. Ein dicht belaubter Baum stand in der Nähe. Da kletterte er hinauf und hockte sich zwischen zwei starken Ästen hin, die ihn vorm Hinunterfallen schützten. Das war freilich ein ganz anderes Nachtquartier, als der jugendliche Schwärmer Robinson Crusoe sich daheim erträumt hatte. Als er am anderen Morgen die Augen aufschlug, schmerzten ihn alle Glieder. Mit Entsetzen erinnerte er sich des Unglücks, dem er entronnen war, und begriff die schreckliche Lage, in der er sich befand. Es war schon heller Tag. Von lauem Winde bewegt, raschelte das Laub um ihn her. Keine Wolke stand am blauen Himmel, und es war drückend heiß. Die See, die er bis zum Horizont hin überschauen konnte, trieb nur noch lange, sanft wallende Wogen ans Ufer. Doch was war mit dem Schiff geschehen? Offenbar hatte der Sturm, bevor er zur Ruhe kam, es weit näher zur Küste herangetrieben. Es lag jetzt an der Klippe, gegen die ihn gestern die Brandung geworfen hatte. Das sind knapp zwei Seemeilen, war sein erster Gedanke. Kommt zweitausend Meter, da kann ich doch hinüber. Da finde ich, was mir fehlt. Speise und Trank, Waffen und Schießpulver und Werkzeug. Von frischem Mut beseelt, kletterte er vom Baume und eilte zum Strande. Es war Ebbe, und er konnte über den Sand weit hinaus warten ins Meer, bis ihn zuletzt nur noch ein paar hundert Meter von dem Wrack trennten. Er schwamm hin. Da ragte es haushoch vor ihm auf. Wie sollte er hinaufkommen? Endlich entdeckte er ein herabhängendes Tau, das er gerade noch ergreifen konnte und klomm an Bord. Die Planken waren von Wind und Sonne schon getrocknet, aber in die Räume unten war viel Wasser gelaufen. In der Vorratskammer fand er unversehrten Zwieback und eine Flasche Rum. Da konnte er zunächst einmal Hunger und Durst stillen. Dann kehrte er auf Deck zurück. Ein Boot war nicht mehr da, aber er wußte, wo ein paar überzählige Rahen, Spieren und Stangen zu finden waren, flocht sie mit Stricken untereinander fest und stellte sich so in aller Eile ein notdürftiges Floß her. Er ließ es zum Wasser hinab, nachdem er es an einem langen Tau gesichert hatte, und packte dann zwei leere Kisten voll Brot, Rauchfleisch, Käse und Reis. Dazu kamen noch ein paar Flaschen Rum und Brandwein, und obenauf schüttete er einen kleinen Rest Weizen und Gerste. Das alles mußte er, am Tau kletternd, auf sein Floß hinunterschaffen. Er stieg noch einmal auf Deck. Doch jetzt sah er, dass die Flut nahte. In fieberhafter Hast warf er einige Kleidungsstücke hinunter, die ihm in die Hände gerieten. Ein paar Vogelflinten, zwei Pistolen, zwei Degen, einen Sack voll Bleikugeln und ein Fässchen Schießpulver. Ein schmales, längliches Brätchen als Ruder benutzend, brachte er auf seinem Floß die ganze Ladung glücklich ans Ufer. Das war für Robinson ein hartes Stück Arbeit gewesen, denn er war von Hause aus ein Faulpelz und Müßiggänger. Aber schon in diesen ersten Stunden hatte er begriffen, dass er alle seine Kräfte einsetzen müsse, um sich am Leben zu erhalten. So gönnte er sich denn auch jetzt noch keine Ruhe, so müde er auch war. Er trug all sein Gut auf die höchste Stelle des Ufers, wo das Wasser es nicht erreichen konnte. Und weil er sich noch immer vor wilden Tieren fürchtete und nicht ein zweites Mal auf dem Baume übernachten wollte, richtete er sich aus Kisten, Fässern und Brettern, die an den Strand getrieben waren, einen Unterschlupf her. Zum Nachtmahl nahm er Brot, Fleisch und Rum zu sich, und während er sich's munten ließ, legte er den Arbeitsplan für den nächsten Tag zurecht. Eine zweite Fahrt zum Wrack, das war die Hauptsache, denn wie bald schon konnte ein neuer Sturm es vollends zerschmettern. Da galt es sich sputen, um so viel wie möglich von all den Dingen, die es noch barg, an Land zu schaffen. Am frühen Morgen machte er sein Fluss fester und stärker, und diesmal entschied er sich auf Deck nur für nützliche Sachen. Säcke voll Nägeln, Haken, Schrauben und Werkzeug, sieben Musketen, Pulver, Schrot und ein Dutzend Beile, einen Schleifstein, ein paar Hebeeisen, Kleidung, ein Segel, eine Hängematte und Bettzeug. Drogen auf dem Ufer baute er sich ein Zelt, und darin stapelte er seine Habseligkeiten auf. Zur Nacht konnte er nun schon auf einem behaglichen Lager die müden Glieder strecken. In noch drei Fahrten, und die dritte sollte die letzte sein, holte er allerlei herüber, was ihm von großem Nutzen war. Taue, Stricke, Draht, Leinwand, Rasiermesser, Tischmesser, Gabeln und Löffel, Scheren und Sägen, eine Kiste voll Brot, drei Fässchen Rum, eine Büchse voll Zucker, eine zweite voll Salz, ein Tönnchen Mehl, und zu guter Letzt fand er ein Kästchen voll Gold, Silber und Schmuck. Auch das nahm er für alle Fälle mit, obwohl er sich bewusst war, dass dieser Reichtum für ihn auf einer einsamen Insel keinen Wert hatte. In der Nacht nach der dritten Fahrt schlug das Wetter um, ein Sturm kam auf, und am Morgen war von dem gestrandeten Schiffe nichts mehr zu sehen. Unweit des Ufers ragte eine vereinzelte Felszacke auf, deren glatte, mehr als zehn Meter hohe Wand zur See hin schroff abfiel. Zum Lande hin brach sie in halber Höhe an einer etwa hundert Meter breiten und ebenso langen Rasenfläche ab. Hier tat sich in der Mitte des Felsens eine schutzgewährende Höhle auf. Vier Wochen nach Robinsons Landung stand auf dieser Rasenfläche ein Doppelzaun von tief eingerammten Stangen und Pfählen, dessen Zwischenräume mit Tauwerk und Eisenstücken ausgefüllt waren. Schräge Stämme stützten ihn an der Innenseite. Auf einer Leiter, die man nur hinter sich herzuziehen brauchte, stieg man hinüber. Drinnen im Hofe hing zwischen zwei Bäumen eine Hängematte. Am Fuße des Felsens stand ein hohes, festes Zelt. Die Höhle war ausgeräumt und hatte, wohlgeordnet, alle die Dinge aufgenommen, die das Wrack dem Einsiedler beschert hatte. Das war die Arbeit eines Monats gewesen. Eine saure Arbeit, eine wahre Schinderei für einen jungen Menschen, der daheim an Wohlleben gewöhnt, die Hände in den Schoß hatte legen dürfen. Inzwischen hatte er auch mehrere Ausflüge unternommen. Teils zur Erholung, teils um Wild zu suchen, teils um die Beschaffenheit der Insel zu erkunden. Er wußte ja noch nicht einmal, ob es nur eine Insel sei, auf der er sich befand, oder ein Festland. Und diese Frage ließ ihm keine Ruhe. Eines Tages erspähte er wilde Ziegen und hatte das Glück, ein Tier zu erlegen. Er trug es heim und freute sich der Gewißheit, dass er seinen Fleischvorrat ergänzen könne, solange Pulver und Blei reichten. Als er dann wieder einmal am Strande saß und über das Meer hinblickte, fragte er sich, wie lange er nun schon auf diesem Stücklein Erde weile. Soweit er nachrechnen konnte, mußte der 30. September der Tag seines Schiffbruchs gewesen und seitdem ein voller Monat verstrichen sein. »Ich muß mir einen Kalender machen«, dachte er bei sich, »aber die Tente und das Papier, das ich auf dem Schiffe gefunden habe, möchte ich benutzen, um ein Tagebuch zu schreiben.« So stellte er denn ein aus zwei Pfählen zusammengeschlagenes Kreuz auf und ritzte oben die Inschrift ein, »hier gelandet am 30. September 1659.« An jedem Wochentage machte er einen kleinen Einschnitt, an den Sonntagen einen etwas längeren, zwei noch längere bezeichneten den Schlusstag eines Verflossenen und den ersten Tag eines neuen Monats. In diesen vier Wochen hatte er immer noch gehofft, ein Schiff würde kommen und ihn aufnehmen, allein es verging einen Tag nach dem anderen und seine Hoffnung erfüllte sich nicht. Da begann er einzusehen, daß er damit rechnen müsse, auf sich selbst angewiesen zu sein und daß es für ihn, wenn er auf diesem verlorenen Stück Erde am Leben bleiben wollte, nur ein Gebot gebe, arbeiten und nicht verzweifeln. Wie lange seine Verbannung von Welt und Menschen wehren würde, das konnte er nicht wissen. Vielleicht Monate, vielleicht Jahre. Das Dasein als Einsiedler, sich so erträglich wie möglich zu machen, war seine einzige Aufgabe. Ihr mußte fortan jede Stunde, jeder Tag gewidmet sein. Ein Obdach hatte er sich gebaut, das ihm einigermaßen Schutz und Sicherheit gewährte. Nun begann er es wohnlich herzurichten. Das gestrandete Schiff hatte ihm manches geliefert, was ihm von großem Nutzen war, aber es fehlte doch noch vieles und Entbehrliche. Als er ans Werk ging, konnte er nicht ahnen, daß sein Inselleben fast neunundzwanzig Jahre dauern sollte und daß er den größten Teil dieser langen Zeit in völliger Einsamkeit zubringen müsse. Das war ein schlimmeres Los. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.